Mein Name ist Oliver. Ich habe das MedBed 9010 zum zweiten Mal getestet, habe am Abend das Bett installiert und bin dann zugewohnter Zeit schlafen gegangen, habe es aktiviert und dann einen Körperscan durchgeführt. Diesmal habe ich jetzt keine Problemzonen angegeben, sondern habe mich einfach mal darauf eingelassen, wie das Bett von sich aus wirkt, also welche Zonen aktiviert werden und war dann überrascht, dass mein rechter Oberschenkel, der große Probleme hat, muskulär und nervlich aktiviert worden ist, in der Form, dass es vom Gefühl her so war, dass jemand den manuell massieren würde. Das hat dann so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert und hat sich dann wieder gelegt. Es war auch so ein wärmeres Gefühl in der Kopfgegend beim Aktivieren. Dann bin ich eingeschlafen und nach sieben, acht Stunden aufgewacht, relativ entspannt und der Körper hat sich leicht eingefühlt. Das war die Erfahrung nach dem zweiten Test und ich möchte es noch weiterverfolgen und weiter ausprobieren und hoffe, dass ich dann meine körperlichen Zipperleins irgendwann verliere.